Musik Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, hier sind wir gestern stehen geblieben. Ich nehme die beiden Folgen gestern heute direkt hintereinander auf. Deswegen weiß ich jetzt auch gerade noch, was ich eigentlich machen wollte. Ich hätte gar nicht hier so explizit einparken müssen. So, ich würde heute gerne die... Aber du bist auch... Ich meine, fährt dran vorbei, obwohl er eigentlich vorher genau gewusst hat, das wird daneben. Warum fährst du jetzt rückwärts, so Flunder? Ja, genau. Und jetzt bis dahin. Die KI ist so intelligent. Ich meine, gut, mein Verhalten hier ist gerade auch nicht sonderlich intelligent. Aber, naja. Lassen wir das. Das ist ein Simulator. So was macht man nicht. Lassen Sie mich kurz überlegen? Doch. Im Moment geht es einfach darum, um uns auch die Landschaft anzugucken und dann, naja. Na, ihr wisst es. So, 500 Kilometer bis zum Ziel. Ich glaube, wir haben da nur noch ein oder zwei Fotopunkte dazwischen. Ich weiß es gar nicht. Viel Landschaft auf jeden Fall. Ich habe so ein bisschen das blöde Gefühl, als wären wir da oben hoch müssen. Da, wo die fahren, da müssen wir auch fahren. Ja, das wird auch so sein. Also, das mit den Spiegeln, beziehungsweise mit den Monitoren, das finde ich ja mega genial, ne? Wir nehmen natürlich den Schwung, den wir haben mit. Völlig klar. So, in die Gegenrichtung sind wir das Ding hier schon mal gefahren. Alter, ist das eine Aussicht, ey. Also, um das mal so, ja, keine Ahnung, zu sagen. Ich würde fast behaupten, Jessie Cat könnte deutsch sein, weil das sind sehr, sehr viele deutsche LKB-Texturen hier im In-Game. Ach, schade. Machen wir aber ganz kurz nochmal wieder, ne? Was Böses. Ohne, dass wir jetzt irgendwen behindert haben. Wunderbar. 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 Das Einzige, was mich an diesem LKW nervt, ist dieses penetrante Motorengeräusch. Das ist wirklich... So. Gut. Du hast leider Pech gehabt. Junge! Das war jetzt aber mal ein Unfall, du. Reicht zwei von der Straße wohl. Wir sollten schleunigst hier verschwinden. Wie schrieb man... Hör mal, der ist aber... Das war mein Bruder, glaube ich. Der ist ja auch einfach hier. Der ist ja auch mitten auf der Autobahn, hat er ja... ...gedreht oder keine Ahnung, was der da gemacht hat. Wow. Aber ich darf das nicht, wa? Siehste? So. 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 So, wunderbar. Ich glaube, hier reicht es, einfach mal so ein bisschen ausschlenkern, um das reinzuschalten, genau. Nettes Hotel auf der rechten. Bei dem Parkplatz, da werden wir es genauso machen. Obwohl, das wird hier nicht funktionieren. Weil hier regelrecht ein Weg reingeht, oder? Wie sehe ich das? Wie sehe ich das falsch? Ich fahre hier mal rein. Guck mal. Aber ein schöner Platz, oder? Da kann man sich wohlfühlen. Ach, Geschwindigkeitsüberschreitung. Lass mir Ruhe damit. Steht 80. So. 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 Da hinten geht die Straße noch weiter, alles klar. Da werden wir also irgendwann auch noch mal vorbeikommen. Da ist ja auch noch grün. Also wir kommen irgendwie von dort aus wieder zurück oder was auch immer. Lager Max Salzburg. Na, gucken wir mal an. So, und ein Grenzübergang, den wir noch nicht gefahren sind. Okay. Lager Max. Ich fände das schön, wenn ich ein bisschen mehr sehen könnte. Ich gucke es mir gerade ein bisschen vor der Nase rum. Vielleicht kann ich hier einen kleinen Vorsprung aushandeln. Na, super. Dankeschön. Warum du mir jetzt aber reingefahren bist, das weißt du nicht so genau, ne? Weil wenn wir rechts ab mussten, so wie es da stand, war ich eindeutig auf der, ja, auf der Vorfahrtsgeschichte. Wollen wir mal so festhalten an der Stelle. Guck mal, wie hack. Das ist, glaube ich, ne, 325, das ist noch nicht das Ziel, aber da fahren wir durch. Da haben wir einen Videopunkt, da haben wir einen Fotopunkt. Guck mal eben auf die Zeit. Ja, das ist wieder so ein bisschen, ne? Ja, das ist wieder so ein bisschen. Ja, 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 ja. Ich habe keinen Unfall verursacht. Achso. Hier lang. So. Das heißt, hier haben wir einen Fotopunkt gleich irgendwo. Sarah, je wo das Rathaus habe ich auch von der falschen Seite irgendwie aufgenommen. Fotostudio. So, was müssen wir denn hier fotografieren? Den Kapitänsturm, okay. Können wir noch ein bisschen nach oben nähen, wa? Nee. Wir können etwas näher an die Mauer ran. Okay. Den haben wir. Okay. Und hier ist ein Video-Punkt. Den gucken wir uns mal eben an, natürlich. Dann mal schauen, dass ich die letzten 300 irgendwas Kilometer noch zu Ende bringe heute. Ah ja, okay. Kapitänsturm. Okay, cool. Also war das hier, oder ist das hier eine Hafenstadt, oder wie? Ich habe mir das eben noch gar nicht so genau angeguckt an der Karte. Okay, das scheint irgendwie ein Militärdenkmal oder so. 10.02.91. Gut, das muss ich mir mal aufschreiben, was da gewesen ist. 10.02.91. Und immer dann, wenn du einen Kuli brauchst, hast du natürlich ein. 10.02.91. Wie hieß dieser Ort? Bihak oder so, ne? So. Ach, guck mal, mit Hund. Macht ein Selfie. Er wartet geduldig. Schön. Schön, schön. Außer diese Details, dass da jetzt Blätter auf diesem Wasser sind und so, ne? Okay. 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 Ähm, ich werde es nie lernen. Aber, das ist mal gerade so. Hier dieses Stückchen. Das will ich weghaben. So, Dille. Ja, okay. 319 Kilometer. Schauen mal, wie weit wir heute kommen. Ich würde natürlich... Ja, ich glaube, ich fahre die dann offline zu Ende, obwohl wir dann uns einiges nicht mehr angucken können, leider. Aber ich würde natürlich gerne ab morgen dann Geschenke ausfahren, ne? Uiuiui. Ach, wir geben einfach mal ein bisschen Gas. Upsa. Na gut. Das war jetzt so nicht geplant. Wir lassen uns auf jeden Fall einmal zur Werkstatt abschleppen. Das ist echt, wenn... Ja, ne? Man sollte auf die Straße gucken. Einfach so. So, was letzten tut er da jetzt die ganze Zeit. Der Ort hat eine Werkstatt. Der Ort hat eine Werkstatt. Wartung. Ich nehm immer die hier. Wir haben ja die Kohle. Was soll's denn? Entschuldigung. Ich glaub, so weit ab vom Schuss waren wir dann gar nicht, ha? Nö. Das war eben genau die... Genau, die Stelle. Ja, der stand ein bisschen dicht drauf. Ich kam da nicht rum. Was soll ich machen, ne? Genau, da vorne ist wieder unser Fotopunkt. Ja, die Ampel ist mir jetzt aber gerade mal egal. Ich möchte das gerne heute hier quasi so fertig machen. Jetzt sind's auch plötzlich nur noch 266 Kilometer. Okay. Und das machen wir durch. Dann haben wir ein Halbstunden-Video heute und passt schon. Ampel ist rot, ich weiß. Ja, auch das kann man simulieren. Ein rücksichtsloses Fahren, ne? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Müsste man auch mal machen. So eine Tour, den Begrenzer raus und dann echt mal so eine Art Speedrun. Ohne Rücksicht auf Verluste. Klar, so schnell wie möglich, aber vermeiden halt Unfälle zu konstruieren. So, 230 Kilometer. Wo wir uns Landschaft angucken können. Und ich denke mal, dann haben wir das meiste hier aus dem DLC auch gesehen. Das heißt, den Rest dann mit Aufträgen. Was dann noch fehlt, werde ich dann zwischen den Folgen wegputzen. Und dann, ja, können wir morgen entspannt anfangen. Irgendwelche... Ich will mal gucken, was der, der hier den Renault... ähm... ...konstruiert hat, was der noch so für Trucks am Start hat. Weil so gesehen finde ich die schon ganz cool. Geschwindigkeitsberat. Was? Für 15 kmh? 1020 Euro. Äh, seid aber auch Halsabschneider, du. Wissen aber auch, wie... Wie man an Geld kommen kann. Wie, ich habe keinen Unfall produziert. Äh, was ganz Neues. Ist ein kleiner Parkplatz. Haben wir jetzt weg. Hier ist eine kleine Tankstelle. Die kommen wir jetzt gar nicht, oder kommen wir doch dran. Gucken. Ne, nicht wirklich. Schade. Egal. Das sind dann so Sachen für später. Da ging meine Rechnung mit mal einmal kurz einlenken. Nicht auf. So, was ist hier eine rote Ampel? Wen interessiert die? Naja, wenigstens sind die Ampeln nicht teurer geworden. Ja, also hier ist viel Gegend. Das meiste zu sehen, würde ich jetzt mal so behaupten, gibt es echt in den Städten. Und wie gesagt, rote Ampeln werden jetzt mal von mir ignoriert. Ich habe einen Unfall verursacht. Damit wir einfach die letzten Meter immer wegkriegen. Und ist ja auch mal ganz spannend zu sehen, was kann man mit so einem LKW machen, gell? Da kommen mir jetzt zu viele Autos. Und wenn man mit so einem LKW machen kann, dann geht's. So, eine Mautstation, würde ich mal sagen. Dann fahren wir hier durch. Mach auf. Danke. Dann müssen wir hier drauf. Und haben noch 160 Kilometer vor uns, bis wir dann den Endpunkt erreicht haben. Und dann machen wir ab morgen dann Aufträge, World of Trucks, wo wir dann sowieso wieder etwas sinniger fahren müssen. Einfach aus dem Grund. Du kannst dich bei dem Wettbewerb nicht irgendwie vorteleportieren oder so. Du kannst es schon, aber dann bist du den Auftrag los. Er hat mich akzeptiert. Das ist auch wieder so ein tolles Autobahnkreuzennetz, wo kein Mensch durchblickt. Ach so, jetzt muss er hier rum. Hier sind wir schon mal lang gefahren. Das war schon mal so eine Katastrophe, wo ich dann irgendwann mal, glaube ich, im Niemandsland gesteckt habe oder so. So, jetzt wieder gucken. Jetzt wieder hier rum. Passt. So. Ja, also ich finde es, ich kann es immer nur wieder betonen, also ich finde es grandios, was SCS hier auf die Beine gestellt hat. Ich werde gleich nochmal gucken auf der Karte, ob wir alle Fotopunkte haben. Ja, denn hier diese Zoll- und Mautstationen und sowas, die halten natürlich auch extrem auf, ne? Ah, ja, okay. Pass auf, hier durch. Ja, genau. Der gehört hier hin. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich meine, mag ja recht luftig sein, aber auf einer Autobahn hat er trotzdem nichts zu suchen. ist hier schon wieder ein Zoll, ja? Keine Schranke, beziehungsweise die ist oben. Hier auch. Wow. Die sind ja gnädig. Dürfen wir ganz außen rum, aber Schranken sind hier auch nicht. Ich sehe keine. Hier auch nicht. Alles offen. Das, ne? Nenne ich mal eine offene Grenze. Ich denke mal, bei Bedarf werden die mit Sicherheit welche rausziehen. Das, ja, da gab es ja jetzt null Hindernisse. Letzten 48 Kilometer für diese Folge und wie gesagt, am Morgen fahren wir dann Weihnachtsgeschenke. Das, ja. Das, ja. Vielen Dank. So, hier wieder gucken. Ich glaube, da vorne ist unser Endpunkt. Marburg. Oh, das ist mir egal. Warte mal, hier ist der Aus... Ah ja, hier ist der Punkt 1, okay. Da hinten ist eine Garage, die müssen... Ne, die gehört uns schon, oder? Ich wollte gerade sagen, warum wollte ich da hin, aber weil, genau, weil dort ein Fragezeichen ist. Das ist entweder ein Händler oder ein Arbeitsamt oder in diesem Fall ein Truckdealer von DAF. Wunderbar. Wieder einer mehr. Und jetzt geht's zum Endpunkt. Und auch hier, ne, ihr kennt es wegen Zeit und so. Aber ich weiß auch nicht, wenn die Ampel rot ist, warum ich da hinten schon anhalten muss. Hier die rote Ampel interessiert mich gerade nicht. Hier durch, hier durch. Aber da hinten ist auch nur ein Fragezeichen. Dann haben wir das Ganze gleich... Gleich beendet. Aber unheimlich breite Straßen auch hier, ne? Hoppla. Da hab ich die Kurve nicht ganz gekriegt, wa? Boah, was eng hier. So, jetzt sind wir hier. Also, und da geht's zum Fragezeichen. Dann ist das das Arbeitsamt. Genau. In diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ab morgen werden wir dann mal ein paar Geschenke durch die Gegend kutschieren. Wir wollten noch kurz einen Blick auf die Karte werfen. Und... Ich fahre noch eben ganz kurz da hinten hin. Eiei, der war kaputt, würde ich mal sagen. Wollte gar nicht so weit. Okay. Wie dem auch sei... Ne, dann gucken wir uns eben noch die Karte an. Bin ich eigentlich schon viel weiter, als ich wollte. Eben ganz kurz schauen. Genau, da fahre ich gleich noch eben dran lang. Das, das mache ich... Also, diesen Ort lege ich jetzt frei. Zwischen den Folgen. Und, ähm... Wenn wir gucken, was die... Sieht man das jetzt auf dieser Karte? Natürlich nicht. Wir müssten hier noch nach, ähm... Dings, aber... Das kriegen wir dann auch. So. Genau. Wenn wir uns... ...en Auftrag raussuchen. Auftragsangebot. Externe Aufträge. Genau, jetzt wäre das mit World of Trucks. Jetzt haben wir zum Beispiel den hier. Und, äh... Dann... Okay. Split. Winterland. Geschenkeladung. Hier gibt es offensichtlich Orte, die man irgendwie an... Ähm... Pff. Ja. Anliefern muss, wie auch immer. Marburg, Marburg. Wie lange müssen die Aufträge denn sein? 250 Kilometer, oder wie? Wenigstens. 121, nur bis nach Graz. Okay, bis Klagenfurt 159. Ähm... Alles nur so kurze, hm? Ich sehe hier gerade gar keine Weihnachtsaufträge. Das ist interessant. Gut, da müssen wir gucken, von wo wir was kriegen. Ich bedanke mich bei euch. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Tschüss. so... bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.